Hallo zusammen, ich bin der Deutsche Land und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Und zwar sind wir mal wieder in Naxxramas drin und dort möchte ich ein paar Münzen auf den Kopf hauen. Ich habe jetzt eben schon hier die Geißelsteine umgetauscht gegen die Druckmittel des Todes. Und ja, das ist immer eine Ewigkeitsarbeit hier bei dem kleinen Goblin. Und wir haben jetzt insgesamt 240 von den Marken. Wenn ihr das alles hier nicht kennt, schaut ins erste Video rein von der Reihe. Da habe ich das alles schon mal ausführlich erklärt. Das mache ich jetzt aber nicht jedes Mal, sondern ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Kaufen uns ein paar Rezepte davon und gucken mal, was ich rauskriege. Ich brauche jetzt hier, glaube ich, noch 16 Rezepte, habe ich mir hier rausgesucht. 16 Stück. Und ich hoffe, dass ich das ein oder andere rauskriege, was ich noch offen habe. Dass ich dann mal vielleicht auch ein bisschen T3 oder so gambeln kann, wäre zumindest ganz nice. Also, dann tauschen wir jetzt die um. Hier 12 Marken kostet also eins. Können wir uns für 240 Marken genau 20 Stück holen. So, super. Das erste Ding, verbuggt mich gleich, müssen wir reloaden. Perfekt. Love it. Das Ding ist, es gibt insgesamt zwei verschiedene Tokens. Es gibt einmal das Token quasi hier bei dem Händler. Und dann gibt es noch ein anderes Rezepte-Token bei der Agentumdämmerung. Und da können halt auch andere Rezepte rauskriegen. Aber alle Rezepte, die aus jeweils beiden Tokens raus sind, kriegt man halt wirklich nur da. Also, die kann man sich nicht anderweitig farmen. Und dementsprechend, ja, muss ich das ein oder andere Geißelsteinchen holen, um dementsprechend alle Rezepte zu kriegen. Das sind sowohl von Ledererschmied über Inschriftenkunde, da sind es auch Stäbe. VZ hat, glaube ich, auch Zauberstäbe und so dabei. Also, da ist wirklich einiges dabei. Und auch normale Giersachen. So, jetzt hoffen wir mal, dass TSM uns nicht weiter in die Quere kommt. Und dann gucken wir mal das erste Rezept. Uh, das kann ich schon brauchen. Inschriftenkunde. Sehr schön. Dann das zweite. Das habe ich leider schon. Uh, ist nur 10 kmh-Wert. Das ist eine Niete. Dann, das können wir auch brauchen. Sehr schön. Das ist nochmal eine Niete. Das können wir auch gebrauchen. Eine Niete. Naja, drei haben wir schon mal. Vier, oder? Sind das alles unterschiedliche? Ja. Na gut, bei 16 Stück, ne? Nochmal eine Niete. Okay, die Quoten sind jetzt irgendwie... Oh, jetzt habe ich schlechte Quoten. Vier haben wir. Fünf. Fünf zu fünf. Nein, das ist beides das Gleiche. Dreck. Das ist auch nochmal eins. Aber, ähm, was haben wir hier? Das ist nochmal eine Niete. Und das kann ich... Ist eigentlich auch eine Niete. Weil ich da schon mal das Gleiche habe, ne? Dreck. Blick des Frostwürms. Blick des Frostwürms. Fünf haben wir erst. Auch eine Niete. Auch eine Niete. Okay, das läuft hier nicht gut. Aber der Pool ist halt so riesig, ne? Wollt ihr mich rollen? Nein, das ist nochmal Blick des Frostwürms. Rip. Rip. Komm, es gibt mir noch ein paar, die ich brauchen kann. Ja, das brauche ich noch. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Okay, damit bin ich jetzt aber ein bisschen unzufrieden, muss ich euch ehrlich sagen. Zum Glück haben wir nochmal eins gekriegt. No, nochmal Blick des Frostwürms. Es sind 33 Rezepte, ne? In dem Pool drin. Und ich kriege dreimal dieses Blick des Frostwürms. Naja, gut. Also, dann schauen wir mal. Äh, das ist Inschriftenkunde. Dann haben wir hier ein Schild. Das kann ich schon mal lernen. Dann einen Streitkolben. Dann das ist Juve. Auch mal ein Schild. Und was haben wir da? Auch nochmal ein Schild. Okay, jetzt gucke ich mal kurz rein. Was ich overall noch brauche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Müssten das jetzt sein. Und zwei davon habe ich hier. Also Zähne noch, ne? Also es sind doch nur einige. Und ich habe hier leider sehr viele Nieten. Das eine ist sogar fast... Schau mal, das Blick des Frostwürms. Das scheint anscheinend oft rauszukommen. Das ist für 1000 Gold im Aha. Ne? Die anderen sind teilweise für mehr drin. Aber das Blick des Frostwürms, das scheint nicht sonderlich viel wert zu sein. Ja gut, so ist das manchmal, ne? Das waren jetzt zwar ein paar Rezepte, aber die meisten waren tatsächlich Nieten. Schade, schade, schade. Gut, aber trotzdem wieder ein bisschen mehr. Und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Opening. Ich denke mal, da wird es noch das eine oder andere geben, bis ich hier mal komplett fertig bin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.